Ich bin Sophia, ich bin 17 Jahre alt und ich spiele seit ca. einem Jahr Klavier an der Musikschule hier. Und ich wollte eigentlich schon immer Klavier spielen, seit ich ein Kind war, so seitdem ich sechs bin vielleicht oder so. Aber irgendwie hat sich nie die Möglichkeit geboten und ich bin stolz, heute sagen zu können, ich habe heute auch ein Konzert. Ich bin froh, an der Schule zu sein, einfach weil man merkt, man hat einen Fortschritt und die Lehrer sind toll. Also ich glaube, so das Gesamtpaket ist eher einfach so das Ding, dass man einfach, man sieht so Fortschritte relativ schnell dafür, wenn man spielt. Wenn ihr irgendwie anfangen wollt Klavier zu spielen und meint so, ey, ist es vielleicht peinlich irgendwie spät anzufangen oder wenn man einfach noch nicht die Fortschritte hat und das Skill, also das Level an Skill, was man sich vielleicht erwünscht gleich am Anfang, trotzdem durchziehen, trotzdem machen. Und früher oder später erreicht man dann endlich sein Ziel und dann denkt man sich so, hey, von einem Jahr hätte ich das nicht hinbekommen oder vor zwei oder vor drei, also ja. 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 Ja.